Jetzt so viel Zeit muss sein, wir hören jetzt die Winterreise und zwar komplett von Thomas Kvastow. Und begleitet wird er von Professor Doktor Jens Carsten Stoll am Klavier. Thomas Kvastow. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wir für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ich schließe meine Augen, löschen jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Oh, oh, oh. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und ein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Zollern ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, spür, was mir die Liebe mit mir macht. Atemlos mindelfrei, großes Kino für uns zwei. Komm, wir steigen auf das allerhöchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut, ganz berauscht? Fall in meine Arme und der Fallschirm geht auf. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit mir macht. Atemlos durch die Nacht, bis ein Kino in uns verbracht. So, ich möchte jetzt alle noch mal auf die Bühne bitten. Den Chor bitte, wo seid ihr? Wir gehen auf Ende, kommt alle bitte auf die Bühne, die heute dabei waren. Wir wollen uns gebühren verabschieden von den Menschen hier in der Bullheide. Und wir möchten jetzt hier in der Bullheide erstmal ein altes Heimatlied singen. Meine Heimat, das fühl ich nur wie Schick und MacNyts. Meine Heimat, das ist all der Starbucks-Kaffee. Meine Heimat ist das Frühstück in Italien, im Ibis-Hotel im West-Western. Körpula und Autron bei Ligea, der Arme und der Schildschutz sind Heimat. Man muss sie nicht lieben, die Heimat. Aber das Frühstück in Italien stellt es vor einer Gefahr, die es verbohnt. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.